Wie im echten Leben gibt es natürlich auch bei den kleinen klappbaren Pedelecs Qualitäts- und Preisunterschiede. Und nachdem wir da kürzlich erst am ganz untersten Rand gefischt haben, schauen wir uns heute doch mal die gehobene Mittelklasse an mit dem One Mile Nomad. Los geht's mit dem Intro. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen E-Mobilitäts-Kanal, auf dem ich auch weiterhin E-Mobilitäts-Produkte vorstelle, wie eben heute das One Mile Nomad. Das Video wird heute ein bisschen anders laufen und so stelle ich mir das auch in Zukunft vor. Wir machen einen Rundgang ums Gerät und immer dann, wenn es passt, dann blende ich die Fasien- und Detailaufnahmen ein. Aber am Schluss kommen wir natürlich, wie gehabt, zu einem kurzen Fazit. Und jetzt geht's los mit dem Video. Viel Spaß! Und dann wollen wir unseren kurzen Rundgang um das One Mile Nomad auch direkt starten. Vorab noch ein paar wichtige Informationen. Der Rahmen, der ist nicht nur hochglänzend, metallig-blau lackiert, was mir sehr gut gefällt, sondern vor allen Dingen ist das eine Aluminium-Magnesium-Legierung. Und damit wiegt dieses kleine, klappbare Pedelec, wenn wir den Akku entnommen haben, nur noch knapp 18 Kilogramm. Der Akku selbst, weil wir hier eben sehr viel Akku haben, da gehen wir aber später nochmal drauf ein, wiegt etwa zwischen 3 und 4 Kilogramm. Das muss man entsprechend drauf rechnen, wenn man das Ganze dann im Sattelrohr lässt. Üblicherweise starte ich ja sehr gerne im Cockpit-Bereich. Das machen wir heute aber mal nicht. Denn wir müssen erst was anderes tun, bevor wir das tatsächlich anschalten können. Hier, der Akku, den müssen wir nämlich erst mal starten. So, dann leuchtet das Ganze schön grün. Ich hoffe, es ist scharf. Und danach können wir hier am Power-Button das Display auch aufstarten. Wir sehen schon, kleines Farbdisplay. Wir haben hier den Akkustand. Wir sehen hier die aktuelle Voltzahl. Wir sehen die Fahrstufe. Die können wir mit Plus und Minus natürlich ändern. Wir sehen die Gesamtkilometer. Wenn wir nochmal auf Power-Button gehen, dann haben wir entsprechend den aktuellen Trip. Da wir es gerade angestellt haben, ist der Trip natürlich null. Ansonsten noch die Systemzeit. Ja, wie lange das System gerade läuft. Und in der Mitte, da ändern sich die Zahlen auch. Da kriegen wir dann die aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Maximalgeschwindigkeit, die wir jetzt beim aktuellen Trip hatten. Aber wie gesagt, kein Trip, also keine Geschwindigkeit. Und bevor ich es vergesse, wenn wir lange nach unten drücken, dann aktiviert sich die gesetzlich zugelassene Schiebehilfe. Völlig unterschlagen habe ich, dass hier am Display auch noch ein USB-Port ist. Und damit können wir dann unser Handy während der Fahrt laden. Ansonsten, wenn wir hier lange Plus drücken, dann schaltet sich hier das Frontlicht zu. Da haben wir natürlich ein zugelassenes Modell. Und das kennen wir auch schon aus dem E-Scooter-Bereich. Hier mit dem schönen Leuchtring, dass wir auch praktisch überall gut erkannt werden, auch von der Seite. Und der zugelassene Reflektor ist ebenfalls da und dabei. Das Rücklicht, das startet hier nicht automatisch mit auf. Denn hier war vermutlich mal eins, was in Deutschland nicht zugelassen ist. Und da hat man dann entsprechend, wie ich finde, sehr schön unter dem Sattel ein zugelassenes Batterielicht angebracht. Und das kriegen wir dann auch mit einem kleinen Knopfdruck zugeschaltet. Hier auch mit integriertem Reflektor mit Z-Kennung. So, also ihr habt gesehen, dass man da im Dunkeln gut gesehen wird und auch selber gut sehen kann. Ansonsten hier im Cockpit-Bereich eine teeny-weenie kleine Klingel. Die aber durchaus ordentlich Krach macht, wie ich finde. Ansonsten, ebenfalls unschwer zu erkennen, haben wir hier schöne Griffe mit Handballenauflage. Und auch davon nicht das günstigste Modell. Die drehen sich auch nicht mit, die sind links und rechts fixiert. Übrigens auch nicht immer der Fall. Manchmal sind die dann auch relativ locker und drehen sich mit. Das bringt natürlich dann nichts. Von der anderen Seite schon ganz gut zu erkennen, wir haben zwei echte Bremshebel. Und wie am Schriftzug Mineralöl schon erkennbar ist, handelt es sich um hydraulische Scheibenbremsen. Die haben wir hier nicht nur hinten, sondern auch vorne. Und es handelt sich, wie man hier sehr gut sehen kann, um Nattbremsen. Und damit dann auch nicht die schlechteste Ausrüstung. Durchmesser der Scheiben hier 160 mm. Vielleicht noch ganz interessant. Wir haben hier einen Schnellspanner. Das heißt, wir können den Lenker dann auch mal ganz schnell entnehmen, wenn das erforderlich ist. Aber wir können den ja auch umklappen. Und damit ist das Triple dann perfekt. Wir können auch die Höhe hier einstellen. Umklappen, das geht natürlich dann hier mit dem Klappmechanismus. Da muss man einmal nach oben und nach vorne. So, dann ist das Ganze gelöst. Und dann können wir den Lenker sehr, sehr nah an den Rahmen hier ablegen. Es sind ein paar Gummistopper mit im Lieferumfang enthalten. Und da empfehle ich auch, die anzubringen, damit der schöne Lack nicht zerkratzt wird. Um den Klappmechanismus zu kompletieren. Hier haben wir ein ganz sicheres Modell. Und damit können wir dann den Rahmen entsprechend aufklappen. Muss man innen nach oben drücken. Zack. Und dann nach vorne weg. Und jetzt können wir den Rahmen klappen. Weil das, denke ich, jetzt ganz gut passt, zeige ich euch kurz, wie das ganze Pedelec komplett zusammengefaltet aussieht. Und dann zeige ich euch im weiteren Verlauf dann die einzelnen Komponenten, die noch dazugehören. Bevor ich das dann am Ende auch noch unterschlage, das habt ihr aber natürlich eben schon in der Einblendung gesehen, die Pedale, die sind natürlich auch abklappbar. Und auch hier die nötigen zugelassenen Reflektoren. Am Shimano-Schriftzug unschwer zu erkennen. Wir haben einen 7-Gang Shimano-Schifter. Und bevor die ersten Leute Schnappatmung kriegen, hier ist nicht die Shimano Tourney am Werk, sondern die Shimano Altos. Und damit dann auch nicht das günstigste Modell. Kassette hier ebenfalls von Shimano. Sehr schön auch, wenn wir schon mal hier sind. Die Kette ist hier auf beiden Seiten geführt vorne. Vielleicht habt ihr es im Vorbeigehen schon gesehen. Hier ist natürlich auch der vorgeschriebene Aufkleber, dass das Ganze nach EN 15194 in der EU zugelassen ist. Zuladungsgrenze hier 110 Kilogramm. Aber bevor wir den Faden wieder vollständig verlieren, zeige ich euch jetzt den 250 Watt Nenn-Dauerleistungsstarken Heckmotor, der hier 55 Newtonmeter auf die Straße bringt. Und weil das für viele interessant ist, aber vor allen Dingen auch einen großen Unterschied bei der Unterstützung macht, wir haben hier nicht den Drittfrequenz-Sensor, sondern den Drehmoment-Sensor. Das heißt, hier wird die eigene Kraft verstärkt, allerdings in einem sehr, sehr ordentlichen Umfang. Auch deutlich besser, wie ich das bei einem günstigeren Modell mit Drehmoment-Sensor schon gesehen habe. Also im Vergleich zum Beispiel zum DIY UT1 schiebt das One Mile Nomad deutlich, deutlich stärker an. Hier unter dem bequemen Sattel, da ist im Sattelrohr der Akku integriert, und da haben wir 14,4 Amperestunden auf 36 Volt. Das macht 518 Wattstunden und ist wirklich für ein kleines faltbares Gerät wahnsinnig viel. Ja, vergleich das gerne mal. Das Sattelrohr ist dadurch insgesamt auch ein bisschen länger. Bevor wir es entnehmen, bitte hier die Schnellverschlussleitung abnehmen. Zack. Und wenn wir dann das Ganze wieder einsetzen, Zing. Der Sattel, der dient auch als Stütze, wenn wir das Ganze zusammengeklappt haben. Haben wir den allerdings entnommen, dann können wir den Stecker hier hier entsprechend parken. Lassen wir das Ganze drin, dann ist es hier mit einem Schloss abgesichert. Und da liegen natürlich zwei Schlüssel im Lieferumfang bei. Der Rahmen hat allerdings noch mehr zu bieten, außer dass er so eine schöne Farbe hat. Der ist, wie ich am Anfang erwähnt habe, eine Magnesium-Aluminium-Legierung und dadurch besonders leicht. Hier hinten ist nochmal ein schwarzer Teil abgesetzt und der ist separat auch gefedert. Hier ist der entsprechende Dämpfer. Das ist ein Dämpfer mit 650 LBS. Das heißt, der müsste auch stärkere Stöße einigermaßen abfedern können. Wir haben sogar einen Gepäckträger und da können wir immerhin zehn Kilo zuladen. Auch der Ständer, der ist hier klein, aber oho, ja, hört mal hin. Klong, klong. Und da lässt sich das One Mile Nomad auch schön schräg abstellen. Auch das Schutzblech hinten und das Schutzblech vorne ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Im Lieferumfang enthalten, aber direkt abmontiert, ist auch ein kleiner oranger Reflektor, der hier in den Speichen drin ist, den können wir getrost wegnehmen. Das sieht ja eh ein bisschen fies aus, weil wir haben hier zugelassene Kenderbereifung mit einem entsprechend auch zugelassenen Leuchtring auf beiden Seiten. Das Vorderrad ist übrigens auch per Schnellspanner abnehmbar. Die schon erwähnten Kenderreifen sind hier 20 Zoll groß und 2,25 Zoll breit. Dadurch bieten die natürlich auch nochmal eine gewisse Federwirkung. Die schon erwähnten Kenderreifen sind hier 20 Zoll. Falls sich jemand fragt, für was hier diese magnetischen Anschlagpunkte sind, das habt ihr eben beim Zusammenklappen hoffentlich schon gesehen. Damit wird das Ganze dann zusammengehalten und das auch wirklich kräftig und geht dann auch nicht einfach wieder auf. Ja, unterstützen tut das Ganze hier natürlich bis 25 kmh. Und ich würde sagen, zum Schluss könnt ihr jetzt nochmal kurz das Design auf euch wirken lassen. Und jetzt, wo meine Mütze fast vollständig vollgespitzt ist, Jetzt kommen wir zu einem kurzen Fazit zum One Mile Nomad. Naturgeräusche-Fans kommen natürlich wie üblich auf ihre Kosten. Ja, ihr hört es schon, ich habe jede Menge Vögel bestellt. Die singen auch ordentlich und ihr bekommt damit ein schön untermaltes Fazit. Was ist nun vom One Mile Nomad zu halten? Preislich liegen wir hier im 2000 Euro Bereich und damit, was die kleinen faltbaren Pedelecs angeht, im gehobenen mittleren Bereich. Am Ende müsst ihr natürlich immer selber entscheiden, ob euch ein Billigheimer reicht oder ob ihr euch für, ich sage mal, auch ein qualitativ höherwertiges Produkt interessiert. Am Ende des Tages haben wir hier hydraulische Scheibenbremsen. Der Rahmen ist nochmal mit abgefedert. Wir haben einen Drehmomentsensor und nicht nur den Trittfrequenzsensor, den wir meistens bei den günstigen Geräten haben. Und wir haben vor allen Dingen eine ganze Menge Akku hier auch schön im Sattelrohr integriert, was wir natürlich dann auch entnehmen können. Das ist meiner Meinung nach übrigens auch der beste Diebstahlschutz. Nehmen wir den Akku mit, dann wiegt das Ganze auch nur noch knappe 18 Kilogramm und ist damit natürlich auch besonders leicht. Wenn euch das One Mile Nomad gefallen hat, dann findet ihr alle Informationen in der Videobeschreibung. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram, bla bla bla. Habt noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Vika. Bye!